Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt eine Kollegin ansagen, die zum ersten Mal im Fernsehen auftritt, die über den Daumen gepeilt 14.500 Kilometer von hier, von München aus, entfernt zu Hause ist, in Tokio ist. Und wenn Sie einmal genau zurückdenken, haben wir eigentlich musikalisch seit der Peanuts aus diesem Land nichts mehr gehört. Es sei denn mal, es waren mal ein paar kleine Gastspiele, aber etwas Großes haben wir eigentlich nie gehabt. Vielleicht schafft sie es. Sie musste zu Hause, das ist da noch so Sitte, nicht nur Schwester und Bruder fragen, Mutter und Vater fragen, so auch Großvater und Großmutter mussten gefragt werden, darf ich nach Deutschland? Es hat viele Komplikationen gegeben. Sie ist bei uns und ich freue mich, Sie Ihnen ansagen zu dürfen. Hiroko! I used to be an optimist, but not so in this case. You won't be staying. I can see it on your face. You won't be staying. I can see it on your face. You used to share with me, but now we never do. I've lost my common sense. I've lost my common sense. And now I'm losing you. Tell me you're sorry. Tell me you're lying. Tell me I'm crazy. Don't sleep alone. Let me down easy. Let me down easy. Let me down slow. Let me down easy. Before you go. If there's anything that I can do to bring you back again. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020